Z.N. Yay. Ich freue mir. Das sind seltsame Spuren. Die Luft ist so stickig hier. Entschuldigung, das war ich. Der weiße Zauberer, er nähert sich. Ihr dürft ihn nicht sprechen lassen, sonst blendet uns sein Zauber. Die Spuren zweier junger Hobbits. Wo sind sie? Sie sind hier durchgekommen. Vorgestern. Wer seid ihr? Gandalf. Ich bin Gandalf, der weiße. Und ich kehre zurück zu euch. Am Wendepunkt der Gezeiten. Sauron wird sich Sarumans bedienen, um Rohan zu vernichten. Es wird Krieg geben. Schattenfeld. Der Fürst aller Rassa. Und mir durch viele Gefahren ein treuer Freund. Wir müssen schnell nach Edoras reisen. Lass uns schnell reiten. So schnell, wie wir uns unsere Pferdchen tragen können. Und noch viel schneller. Oh, der Brrrr. Und zurück. Oh yeah. Also, eins muss ich dem Spiel ja lassen, na? Das ist voll saufbar. Das ist voll super. So bewaffnet darf ich euch nicht zu König Theodin vorlassen, Gandalf Graurock. Auf Geheiß von Grima Schlangenzunge. Mhm. Euren Stab. Ihr wollt einem alten Mann doch nicht etwas seine Stütze nehmen. Mein Gebieter, Gandalf der Graue ist eingetroffen. Er ist nicht willkommen. Warum sollte ich euch willkommen heißen, Gandalf Sturmkrähe? Eine berechtigte Frage, Herr und Gebieter. Ich habe euch befohlen, den Zauberer seinen Stab abzunehmen. War wohl nix, wa? So. Außerdem auch ohne Stab bin ich mächtig genug. So Gandalf Stab und noch so ein Stab und... Hau ich mal so richtig fett aufs Fressbrett bitte. So. Was ist das eigentlich für eine komische Statue hier? Kann ich mit der was machen? Ah, warte mal. Das haben wir gleich. Ja, los, komm mal her. Oder was kann ich denn hier mitmachen? Äh. Soll ich jetzt hier wirklich alles aufnehmen? Ah, warte mal. Ich kann ja theoretisch auch... Könnte ich ja... ihm was geben? Ich könnte dann allerdings auch den Speer fallen lassen. Und ihn mit dem Zwerg bewerfen. Nee, kann ich doch nicht. Ja, nein, du sollst das doch einfach nur wieder wegschmeißen, Gandalf. Komm, stell dich nicht so an. So, egal. So. Wir hauen jetzt hier erstmal... ihm noch die komische Keule hier in die Hand zum Kämpfen. So. Das will ich so sagen. Magst du? Achso, ich hab ja noch viel mehr. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Hat jetzt hier jeder was zum Kämpfen? Ja, hatten die. Okay. So, kann ich ihn jetzt hier... Nee, kann ich nicht. Okay. Kann ich da drauf hauen? Nee, kann ich auch nicht. Okay. Ah. Äh. Nee, kann ich auch nicht. Gib mir mal meinen Stab her. Danke. Ich werde euch Saruman aussaugen wie Gift aus einer Wunde. Hä? Nee, du. Lass mich denken, du. Bin schon ganz zufrieden hier. So. Los, werde gesund, König Theodem. Oder so. Hallo, magst du den mal bitte? Okay, Jungs. Baut erstmal. Sonst kriegen die ganzen Ständchen ja hier nie Ruhe. Äh? Oh, das sieht mal nach einem kleinen Gefängnis aus. So. Aua, das tut doch weh, Mann. Homie, doch nicht so vollfrieden von... Hallo? Nee, 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 nee. Das glaube ich nicht. Erstmal ihm hier wieder. So. Hallo, magst du da mal... Danke. So, alter. Zauberer. Bau mal. Hey, der kann ja viel cooler bohren als alle anderen zusammen. So, mein König. Ich habe dir die Augen geöffnet. Oh, mein König. Eowin. 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 Geht mir auf den Weg! Dies ist nur ein Vorgeschmack der Schreckens, den Saruman hierauf bespricht. Wir müssen kämpfen. Offener Krieg steht euch bevor. Ich weiß, was ihr von mir erwartet, aber ich will kein vermehrtes Leid unter meinem Volk. Auf Geheiß des Königs suchen wir Zuflucht in Helmsklamm. Sie fliehen in die Berge, obwohl sie hierbleiben und kämpfen sollten. Eumeas treu. Seine Männer werden zurückkehren und für ihren König kämpfen. Mit etwas Glück wird meine Suche nicht umsonst sein. Du musst die Leute nach Helmsklamm führen. Und zwar rasch. Angriff! So! Da wollen wir sie in den komischen Viechern hier mal zeigen. Ich glaube, ich bleibe doch lieber auf meinem schicken Pony hier. So! Na, wo kommen sie? Da kommen sie ja! Komm her! Feigling! Chancen hat ihr eh keine! Ha! Guck mal! So! Oh, da hinten ein blaues Steinchen! Steinchen! Ist hier ein Steinchen? Und eine Speicherstatue! Egal! So! Gib mir mal mein Pferdchen wieder, danke! Weil irgendwie war das mich, glaube ich, doch wendiger. So! Na, los! Komm her! Achso! Schon alle wieder tot hier. Äh, ist es ja. Einfach zu schnell. Da kommen wir noch mehr. Ja! Wenn du da in dein Horn reinbläst, na? Das bringt dir auch nicht so viel jetzt. So! Los! Hau ich mal so richtig aufs Fressbrett! Danke! So! Bleiben nur noch drei! Zwei! Zwei! Einer! Und los, komm her! Und der letzte! Sag mir, was geschehen ist, dann erleichtert dir deinen Abschied! Er ist da drüben einfach von der Klippe gestürzt! Yay! Angriff der Waage! Level abgeschlossen! Auf fürs freie Spiel! Freigeschaltet! Juhu! Gandalf der Waise! Freigeschaltet! Und neue Charaktere zum Kauf verfügbar! Oh yeah! Wie ich mir freue! Gott! Jetzt reicht aber mal! Hallo! Ja, ist gut! Ist gut! Ist gut! Ist gut! So viele nur auch wieder nicht, bitte! So! Wir haben nicht viele Steinchen eingesammelt! Das waren gerade mal 28% insgesamt! Oh! Dafür haben wir jetzt ein Gesamtpunkte-Steinchen-Konto von 436.890! Und naja, so einen komischen Dingsteil kriegen wir auch noch, weil wir das Level abgeschossen haben! Oh, I hate- Pfff! Neh! So! 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 So!